Oh Gott Leute, mich hat's komplett erwünscht, ich bin mega erkältet, meine Stimme war vorhin weg, äh, jetzt gerade geht's, deswegen herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch wie jeden Morgen auch den neuen Fortnite-Shop, also falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins in Fortnite mehr verpassen wollt. Jeden Morgen gibt's bei mir dieses Video, wir gehen schon fast auf die 400 Folgen zu, also wenn ihr nie wieder auch nur einen Fortnite-Skin verpassen wollt, dann, ja, lasst gerne ein Abo da. Und dann schauen wir uns jetzt mal den heutigen, uns den heutigen Fortnite-Shop an, wir haben nämlich einen neuen Emote drin, die Kaktus-Pose und ich find's, sie ist mega geil, also ich hab's mir noch nicht angeschaut, wie der Emote aussieht, aber ich find allein die Idee mega cool. Das erinnert mich ein bisschen an die T-Pose mit den, äh, was waren das, Vogelscheuchen-Skins genau und jetzt zum Kaktus dazu gibt's quasi eine Kaktus-Pose, find ich mega cool, die Idee und werden wir uns gleich anschauen. Ansonsten, die linke Seite hat sich jetzt nicht so krass geupdatet, wir haben immer noch den Velocity-Skin drin und dann noch den Raptor-Skin, so wie gestern, dazu auch noch den Sturmbomber. Den neuen Gleiter von gestern für 1200 V-Blocks und auch noch die Hacke, nämlich den Partylöwen, ziemlich teuer, aber natürlich ziemlich mächtig und krass, diese Hacke, also, ja, wenn einem das Geld das wert ist, würde ich sie mir auf jeden Fall holen. Und dann kommen wir schon zum quasi ersten Highlight des Tages und zwar zum Kaktus-Skin, einer meiner absoluten Lieblings-Skins, ich würd sagen, für 800 V-Blocks kann man damit nichts falsch machen. Ich find's einfach ein mega lustiger und auch gut designt, der Skin, also, den kann ich wirklich mega, mega empfehlen, ich, äh, hab ihn sehr, sehr oft gespielt und, äh, hab ihn bisher immer noch gefeiert. Was ich nicht so empfehlen würde, ist dagegen die Hacke, die hab ich mir zwar auch gekauft, aber war eher ein Fehlkauf, hab ich nicht so häufig gespielt, deswegen würd ich sagen, davon eher die Finger lassen, aber den Kaktus-Skin würde ich mir auf jeden Fall holen, vor allen Dingen in Verbindung dann mit dem neuen Emote, Kaktus-Pose heißt der, und den schauen wir uns auch direkt mal hier an. Ich hab ihn mir grad schon gekauft, leider ist kurz mal meine Aufnahme abgestürzt, aber die Kaktus-Pose kann ich absolut empfehlen. Ein richtig geiler Emote, ich find, das ist mega gut zum Tryen. Ich werd auch wieder so eine kleine Challenge damit machen, dass ich mich quasi mit dem Kaktus-Skin hier hinstelle und, äh, ja, mal versuche, so zu tun, als wär ich ein Kaktus. Ihr hört auch schon, die Musik ist leicht anders als die T-Pose. Ja, man hört auch so einen Vogelschrei, ähm, die T-Pose war ja quasi zu den Vogelscheuchen-Skins, da konnte man so tun, als ob man eine Vogelscheuche ist, und hier kann man dann so tun, als wär man ein Kaktus, halt mega gut, um auch Gegner zu trollen im Kampf, ist immer ganz lustig. Das machen wir jetzt auf jeden Fall auch mit der, mit der Kaktus-Pose hier. Ich find sie cool, für 200 Werks absolut in Ordnung, also, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Machen wir weiter nämlich mit der Felsanichthitterin, auch wenn sie jetzt so einen alternativen Style bekommen hat, find ich sie trotzdem nicht so krass. Das Set find ich persönlich jetzt einfach nicht so geil. Dann haben wir als nächstes noch die Spektralhacke, auch die hab ich früher sehr, sehr doll empfohlen, allerdings würde ich sie heutzutage jetzt, äh, ja, nicht mehr so doll empfehlen. Dann weiterhin noch die Royal Air Force Lackierung, so wie gestern, immer noch drin, hab ich mir auch geholt und bin damit auch noch bisher zufrieden. Schaut so ein bisschen aus wie so eine Spielzeug, äh, wie so Spielzeugwaffen. Dann noch als nächstes die Volleymeisterin, mit einem coolen Backpack, für einen eigentlich ganz guten Preis. Und als letztes noch den Schlagfertig-Mode für 200 Werks, recht preisfett. Aber ich glaub, da würd ich auf jeden Fall heute mir eher die Kaktus-Pose holen, die find ich da um einiges besser. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid und keine neuen Skins hier in Fortnite mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt noch schnell ein Abo da, einfach mal kurz unterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und, äh, wenn ihr morgens immer auch eine Benachrichtigung bekommen wollt, was Neues im Shop drin ist, dann auch unbedingt die Glocke anschalten. Es lohnt sich wirklich, hier auf dem Kanal die Glocke zu aktivieren. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, vielleicht knackt ihr heute wieder die 3000 Likes. Hier seht ihr dann auch den Gewinner von gestern eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und dann würde ich sagen, ja, habt noch einen entspannten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute rein. Tschüss.